Hallo zusammen, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute haben wir Sonntag, der 12.05. Ich stehe gerade noch in Merkendorf vom Fahrradwohnwagen treffen. Sind alle in Aufbruchstimmung, würden alle lieber noch länger bleiben, aber die einen müssen wieder arbeiten. Ich muss Richtung Kassel fahren, möchte zum Fahrradwohnwagen treffen nach Kassel. Mich begleitet der Sigi auf meiner Tour bis nach Fulda und in Fulda werde ich wieder auf dem Fulda-Radweg Richtung Kassel fahren. Viel Spaß beim Zuschauen. Sigi fährt vor mir bei schönstem Wetter. Ich fahre einfach nur hinterher. Er hat die Route schon geplant und jetzt geht es ganz gemütlich, wie schon eben gesagt, nach Fulda und dann nach Kassel. Wir haben jetzt gerade zum ersten Mal Probleme mit dem Himibay. Irgendwie beim Bremsen schaltet der Motor ab und will nicht mehr wieder weiterlaufen. Jetzt haben wir eben schon mal die Steckverbinde nach außen wieder reingepackt. Jetzt wechseln wir nochmal den Akku. Und jetzt werden wir wahrscheinlich jeweils eine Bremse immer nach und nach austauschen oder ausmachen. Und dann mal gucken, ob es daran liegt. Ab in den Schatten. Das tut richtig gut. Die Sonne knallt zwar schon ganz schön, aber durch den Pfadwind geht das ein bisschen. Aber können wir ja noch aus Cuxhaven, am Alten Land. Ordentlich Wind und dermaßen verbrannt. Habe mich heute Morgen auch eingecremt. Wenn wir nachher mal eine Pause machen sollten, werde ich mich auch noch mal ein zweites Mal eincremen. Sicherheitshalber. Schön durch den Wald. Super Straßenbelag. Da macht das Fahren Spaß. Nach genau 11 Kilometer sind wir in Bechhofen angekommen. Wir haben die ersten 25% unserer Tour hinter uns. Wir haben ungefähr ca. 40 Kilometer insgesamt oder 42 Kilometer. Bis zum Campingplatz, wo es heute erstmal hingeht. Und dann schauen wir weiter. Nach 25 Kilometern ungefähr haben wir jetzt gerade hier im Grünen zwischen den Feldern eine Kleinigkeit gegessen. Wir fahren jetzt noch so ungefähr ca. 20 Kilometer. Dann sind wir auf dem Campingplatz. Der Motor läuft auch wieder. Wir haben jetzt die Kontakte für die Bremse vom Motor. Einfach abgelassen. So bleibt der Motor am Laufen. Immer noch top Wetter. Bisschen holprig gerade. Hier könnte man auch eine Steckdose hinmachen zum kostenlosen Laden. Wie oft kommt man an so einem Solarpark vorbei. Wie oft kommt man an die Steckdose hinmockt. Heute gibt es noch eine kleine Küche, schnelle Küche, gebratene Nudeln mit Ei und Zwiebeln, keine Lust zum Kochen und keinen großen Hunger, dann reicht das. Wir beide sind startklar und hier haben wir schon alles, wo man anhalten kann. Die Ladestation, der Rewe, alles gut durchorganisiert. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Zurück auf den Radweg, geht jetzt grobe Richtung Wiesenthal, irgendwie über Fürth oder sowas, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Gestern mal kurz auf die Karte geschaut, aber die Hälfte ist schon wieder vergessen. Ich habe ja mein Navigationssystem, den Digi, der fährt voraus, da muss ich nur gechillt hinterherfahren. Wetter ist perfekt, ich hoffe, dass es nicht zu warm wird heute. Nach dreieinhalb Kilometern die erste Umleitung soll bestens ausgeschildert sein, lassen wir uns überreichen. Das erste Schild ist schon mal da. Bis jetzt noch relativ gut ausgeschildert. Das war es mit der guten Ausschilderung, aber ich habe Glück, Millimeterarbeit, komme ich hier noch durch. Sind wieder auf dem normalen Radweg drauf, Gott sei Dank. Wenn man direkt auf den Radweg fährt, richtig schön zu fahren. Zwischendurch mussten wir eben noch zweimal auf eine Fahrradstraße drauf. Aber so ist es nice. Nach knapp 16,5 Kilometer sind wir jetzt aus Fürth raus. Haben jetzt noch circa 8 Kilometer bis Erlangen. Geht jetzt erstmal an der Straße entlang, aber haben einen schönen eigenen Radweg hier. Da passt das alles. Wetter ist auch bombig. Könnte ruhig ein bisschen der Schatten sein. Schatten kann man das kreier an den Radsflust her. Schatten was schon mal hier, bei der Schläger war ich. Wetter haben wir jetzt... Sie können hier in der Radsflug anbieter sein. denn wir haben aber die Radsflug amotag. Eine Radsflug. ich weiß nicht ob ich richtig gelesen habe gerade das autobahnschild aber dürfte die a3 richtung regensburg keine ahnung ob die dahin fährt auf jeden fall sind wir unter der autobahn gerade am kanal angekommen der kanal mit drei sachen auf einmal rhein main und die donau die hälfte haben wir geschafft jetzt haben wir eine kleine pause am kanal gemacht und jetzt geht es weiter noch knapp 30 kilometer und dann haben wir unser ziel für heute erreicht 47 kilometer sind runter und jetzt gerade in forschheim angekommen ja gestern kein bock mehr gab zum film nach 60 kilometer doch dermaßen platt gewesen und wirklich da waren glaube ich um 21 beide im camper drin test 123 123 keine ahnung ob der ton jetzt noch da ist irgendwie sieht er nicht aus auf jeden fall nach drei kilometern haben wir den zweiten hügel wo ich nicht hochkomme berg test nicht bestanden schweiß hat er geht russ sicher so was habe ich auch noch nicht gesehen 5 kilometer sind rum wir haben mal die seite gewechselt das war an der straße aber dafür asphaltiert wir sind jetzt in muggendorf sorry für ton muss das mikrofon gerade ab machen muss nachher mal gucken in der ersten pause was damit los ist noch schnell was auffälliges dran gemacht aber jetzt noch fünf kilometer auf der bundesstraße fahren dann passt das alles irgendwann müssen wir ja mal ein bisschen vorwärts kommen haben jetzt 11 kilometer runter und dann sind bald zwei stunden unterwegs da macht dann auch keinen spaß mehr jetzt gehen wir mal hier ein bisschen wandern da hinten stehen die camper sieht man schon nicht mehr schauen uns jetzt hier irgendwelche reste von der riesenburg an treppen steigen ab in die höhe ich weiß nicht sie uns hier vorgenommen haben wahnsinnig auch wenn wir noch rüber gehen ja und dann hier kann man rüber gehen und dann haben wir noch einen ausblick wieder da ins zahl wahnsinnig da unten waren wir eben ich bin meiner höhenangst das ist jetzt schon ein däumchen hochwert hier zwei leute mit höhenangst kämpfen sich hier durch so genug gesehen jetzt heißt es schnell wieder runter ist mir einfach zu hoch hier unten an der straße wieder angekommen da fühlt man sich direkt ein bisschen wohler schön ist es hier ja muss man mal sagen wieder auf dem fahrrad da fühlt man sich doch am wohlsten war zwar schön da oben aber war doch schon wieder zu hoch jetzt hier einen schönen radweg neben der straße perfekt sind heute ein bisschen spät dran laden jetzt erstmal die akkus auf in weichenfeld und dann schauen wir mal ob wir noch einen campingplatz anfahren oder wo wir uns irgendwo wild hinstellen sind einfach schön gemacht hier bei den maltesern kostenloses pc und hinter der turi info eine kostenlose e-bike ladestation sind bleiben wir hier. bleiben wir hier. feierabend. Wir gehen an der Pundelstraße entlang und dann schauen wir mal in ca. 10 km, sollten wir auf diese Fälle kommen. Mal schauen was wir da entdecken. Tigele, ja? Kommen Sie gucken. Das sind die Quellkarten. Wie ist die Katze? Ja. 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 Musik Schaut her, kurz vor Bamberg, Schloss Seehof. Wir werden jetzt nicht drum herum fahren, wir werden euch nicht zu viel Kultur zeigen, wir werden weiterfahren. Nach 44 Kilometern sind wir in Bamberg jetzt, sind schon durch Bamberg durchgefahren, sind jetzt an der Regnitz und hoffe, das bleibt jetzt auch so. Bamberg war mir zu viel Verkehr, haben wir in Bamberg noch am Supermarkt einen kurzen Salat gegessen und jetzt geht es hier weiter. Hoffentlich bleibt der Radweg so schön. Wahnsinnig. Der Siggi legt hier heute ein Tempo vor. Nach knapp 50 Kilometern sagt Komoot eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 19 kmh. Ja, da bin ich gar nicht gewohnt. Ja, mein Rühei ist dann diesmal auf dem Rasen. Wollten wir gerade Rüheier machen. Ein Ei hat überlebt. Erstmal langsam einpacken und dann geht es hier los. Heute ein bisschen früher los. Wetter soll ab Nachmittag nicht mehr so gut sein. Sorry für die Windgeräusche. Ich habe vergessen die Mikrofone gestern zu laden. Ja, so ist das. Ich fahre jetzt einfach zum Mainradweg und dann geht es mich um Schweinfurt am Main entlang. Da haben wir links vom Siggi und da auf dem Mainradweg ist er durch die Ortschaft rumgeeiert, weil die Beschilderung einfach zu mies war. Da sieht man, man braucht auf jeden Fall eine Karte oder halb blau noch eine Navigation. Knapp 40 Kilometer haben wir jetzt runter und sind gerade aus Schweinfurt einigermaßen rausgekommen aus dem Zentrum. Grauenvoll. Viel Verkehr. Die Kids haben Schule ausgehabt. Dann macht echt keinen Spaß. Aber jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger. Nach 46 Kilometern heißt es. Grüß Gott aus Poppenhausen. Wir haben jetzt noch knapp 10 Kilometer bis zur Leidestation. Da halten wir vorher noch am Supermarkt und dann ist das mal Pause angesagt für heute. Aber nur Pause. Das ist das, wenn man hungrig einkaufen geht. Käsekuchen, Gummitiere, alles Mögliche wieder mit dabei. Der Käsekuchen ist nicht weit gekommen. Jetzt stehen wir an der Ladestation. Erstmal Akkus aufladen. Und da gibt es dann jetzt erstmal einen Salat. Heute heißt das Hotel Sternenkino. Lassen wir uns überraschen. Ob wir so lange wach bleiben. Und ob wir überhaupt was sehen durch die Wolken. Hier ein schöner Platz hier. Mitten in den Feldern. Jetzt saßen wir die ganze Zeit dort schön in der Sonne. Dann kam der Wind. Dann haben wir gedacht, wir müssen ganz schnell kochen. Wir waren gerade fertig mit den Steaks essen. Dann fing es an zu regnen. Guten Morgen. Ja, das Wetter sieht nicht so rosig aus. Konnte ich ja gerade sehen. Regen angesagt. Das heißt, heute mal ein bisschen früher los. Wir waren um sechs Uhr schon wach. Oder kurz nach sechs. Gerade am Frühstücken. Und dann geht es heute um acht schon los. Jetzt ist noch eine Stulle. Und dann heißt es hier aufräumen. Und einpacken. Da kam eh noch mal ordentlich Regen runter. Jetzt haben wir halb neun. Wir sind schon fast abreisebereit. Ist zwar gar nicht meine Uhrzeit, aber wir wollen ja ein paar Kilometer schaffen heute. Circa 16 Kilometer haben wir jetzt runter. Wir haben noch circa 15 bis zur Ladestation. Dann haben wir 30. Dann werden wir nochmal ein bisschen nachladen und eine kleine Pause machen. Und danach geht es dann auch wieder bergauf, aber über eine alte Bahntrasse. So wie ich das verstanden hatte gestern. Lassen wir uns überraschen. Zeit für ein zweites Frühstück. Hier eine Ladestation. Lassen wir alles anschließen. Und dann gibt es Frühstück Nummer zwei. Kleine Pause beendet. Jetzt werden die Kisten wieder eingepackt und dann geht es weiter. Noch circa 15 Kilometer bis zum nächsten Supermarkt. Und dann nochmal ein paar Kilometer bis zum Campingplatz. Ein Traum, ein Traum. Alte Bahntrasse. Vernünftiger Belag. Da macht Fahren einfach nur Spaß. Einfach nur perfekt zum Fahren. Nice. Irgendwo schöner an der Rhön oder sowas sind wir. Jetzt haben wir das Tarp aufgespannt. Wir waren vielmehr drüber gespannt über die Fahrradwohnwagen. Es kommt da gleich die Sonne raus. Das taten wir doch nicht umsonst. Jetzt kommt der Regen runter. Perfekt. So, wir sind wieder unterwegs. Campingplatz gerade verlassen. Kurz gefrühstückt. Ein paar Bananen aber nur. Keinen richtigen Hunger gehabt. Einen Kaffee getrunken. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Siggi. Wir haben so circa 34 Kilometer bis dorthin. Wir haben noch einen Berg, der ordentlich anzieht. Wir werden dort aber Bundesstraße fahren. Weil da haben wir nur 8% Steigung. Und der Radweg ist teilweise 11-12%. Heute ist Samstag. Da ist nicht so viel Verkehr. Dann machen wir das. Noch ganz liebe Grüße an das nette Pärchen vom Campingplatz aus Konstanz. Die sich gefreut haben, mal einen Fahrradwohnwagen zu sehen. Nicht nur bei YouTube. Liebe Grüße gehen raus. Schweißgebadet. 4 Kilometer lang. 8%. Wahnsinn. Für Simiway alles gar kein Problem. Kämpft sich so ganz schildlich hoch. Das ist doch ein schöner Anblick hier in den Bergen. Da kann man den feinen Bengel Enduro nicht schon verstehen, dass er mal wieder in die Berge möchte. Aber ich habe irgendwann jetzt die Schnauze voll. Hier möchte ich auch nicht hochfahren. Oh ja, wo es runter geht, geht es auch wieder berghoch. Kein neuer. Für so einen Ausblick hat man sich auch wieder gerne hochgekämpft hier. Ab, ab. Ansonsten. Ja, jetzt geht's mal. Ab, ab. 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 Da bin ich. Und demnächst bin ich hui, 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 dort. Wir haben jetzt noch ca. 5 km bis zum Sigi. Und dann ist da Feierabend für heute. Ich selber wette noch bis Pfingstmontag beim Sigi bleiben. Pfingstmontag werde ich losfahren. An Pfingstmontag werde ich auch ein neues Video starten. In dem Sinne würde ich auch mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.